Hallo, ich bin Sven Brenntcher und in diesem Lightroom Coffee Break möchte ich dir zeigen, wie du die Referenzansicht in Lightroom CC verwenden kannst. In meinen Projekten ist es wichtig, dass unterschiedliche Bilder trotzdem einen konsistenten Look einhalten. Um das zu gewährleisten, ist die Referenzansicht im Entwicklungsmodul von Lightroom CC enorm hilfreich. In der Referenzansicht kann ich ein Musterbild laden und dieses jederzeit mit dem Foto, das ich bearbeiten möchte, vergleichen. Im ersten Schritt öffne ich das Bild, das ich bearbeiten möchte, direkt aus der Bibliothek mit einem Rechtsklick in der Referenzansicht oder noch schneller, indem ich einfach Umschalt R drücke. Im Entwicklungsmodul kann ich jetzt das Referenzbild per Drag & Drop aus dem Filmstreifen auf die linke Seite ziehen. Jetzt kann ich mein aktives Bild bearbeiten und parallel vergleichen, ob ich dem Referenzbild in Bezug auf Weißabgleich, Kontrast und Look näher komme. Und als Tipp, drücke ich Umschalt V, kann ich auch in der Referenzansicht jederzeit das Originalbild mit meinen Korrekturen vergleichen. Das Referenzbild kann ich einfach per Drag & Drop aus dem Filmstreifen austauschen und je nach Bildformat lässt sich mit der Referenzansichtstaste eine links-rechts- oder oben-unten Vergleichsansicht auswählen. Damit das ausgewählte Bild in der Referenzansicht bleibt, während ich ein anderes Modul wechsle, muss ich vorher einfach nur die Sperrfunktion aktivieren. So kann ich jetzt bequem in der Bibliothek das nächste Bild auswählen, das ich mit dem gleichen Referenzbild vergleichen möchte. Mit der Referenzansicht stelle ich so sicher, dass alle Bilder meines Projektes harmonieren.